Hallihallo Hallöchen, hier ist euer BloodyWertzbecken zu einer kleinen Minecraft Tutorial Reihe. Wie ihr wisst, wenn ich immer etwas interessantes habe, dann mache ich auch ein Tutorial darüber. Und herzlich willkommen hier auf meiner Testwelt, ich weiß nicht ob ihr die schon kennt. Und ihr seht das schon ein bisschen hier, ich habe hier auch ein bisschen rum gebaut. Und der erste Diablo20 ein bisschen verfolgt hat in letzter Zeit in seinem Serverplay Video, hat er so einen klitzekleinen Mining Mover gebaut. Den kleinsten Mover den es gibt sozusagen, den er mit der Hand steuern kann. Und der im Endeffekt eigentlich nur über eine Frequenz funktioniert. Das ist der hier. Und zwar... Nehmen wir mal die 4. Nehmen wir mal ein 2 drücken, sprich der tut im Endeffekt die hier oben ansprechen, den Frame Puller und den Frame Slider, also den Slider sozusagen im Redstone Signal geben. Dann schubst du den 1 nach vorne, dann move das sozusagen und es gleitet dann gemächlich wieder mit hin. Und dann gibt es noch die DIC Funktion, sprich hier unten ist auch ein Wireless Modem dran mit der 3 Frequenz 3. Der hat dann sozusagen die Thrower Bridges, ist übrigens auch eins, der hat noch Erde drinne. Sozusagen die Sachen hier drinne als ein Redstone Signal geben. Und wenn ihr ein Redstone Signal bekommen, im Endeffekt dann die Sachen wie ausspucken, je nachdem wie viel drinne ist. Und so kann man sich ja dann auch Brücken bauen und keine Ahnung, also in jeden selbst überlassen. Was man damit in den Thrower Bridges schon macht, also man kann sehr viel anstellen damit. Und ja, wenn ich jetzt hier gedrückt halte, gebe ich denen ein Dauerredstone Signal. Und wie ihr seht fahren die aus, jetzt bin ich gerade auf eine Kiste gekommen. Das ist halt das leidige, wenn man auf Rechtsklick macht. So, jetzt mache ich als Rechtsklick sozusagen, dann bauen die die ab. Und dann kann man sie loslassen. Dann fahren die wieder ein. Dann kann man dazu dann die Frequenz wieder manuell wechseln auf die 4. Fährt eins weiter, wie ihr seht hier oben ist übrigens auch mit so einem Transfer Node Hyper Energy, also große Energie und einem Tetherrack, ist das sozusagen angeschlossen. Dann kann man ein bisschen andere Sachen noch anschließen, also es ist dann jeden selbst überlassen. Man kann es dann noch gestalten, wie man möchte. Es ist halt wie gesagt nur das kleinste Format. Und wenn man jetzt wieder eine DICK-Funktion nimmt, also die Frequenzen kann man auch selbst benennen, zeige ich dann übrigens nachher gleich, dann seht ihr ja hier, baut sozusagen ab. Also wenn man das manuell macht, im Endeffekt, kann man so lange draufdrücken, wie man möchte. Bis der tatsächlich unten beim Bedrock ist. Das ist eben eine sehr flache Welt. Übrigens auch sehr zu empfehlen auf einer flachen Welt. Ich werde das Ganze auch mal auf dem Sur, auf dem Server nachbauen. Und mir noch was einfallen lassen, wie man dann auch zum Beispiel Seiten und so weiter, und unten, wie so einen Würfelmover, versuchen zu basteln. Der dann auch so funktioniert, aber der dann zum Beispiel mit Applied Energistics funktioniert, das muss ich mir aber erstmal noch überlegen. Also es ist halt so eine Sache. Ja, mal gucken. Da gibt es bestimmt eine Möglichkeit, wie auf seinem Let's Play vom Dive of 20. Der hat auch so einen schönen Moor gebaut mit Funky-Lokomotive. Wie ihr seht. Einmal frei. So. Frequenz 3. Und dann beugt es sozusagen gemächlich ab. Das ist zum Beispiel eine Sache, man muss nicht unbedingt so viel Miner nehmen von Buildcraft. Man kann auch einen nehmen, kein 2 nehmen. Das ist völlig jedem überlassen, wie es ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, 20 kann der Klippe ausfahren. Man kann noch mehr Drawbridges nehmen. Man muss halt nur sehen, dass sie dann alle ein Redstone-Signal kriegen. Also das ist jeden selbst überlassen. Man kann auch auf der anderen Seite noch einen anbauen, so einen Drawbridger. Und kann dort auch nochmal die gleiche Frequenz angeben. Und dann fahren die halt beidseitig aus. Das ist jedem selbst überlassen. Das Ding ist definitiv erwartbar. So. Immer mache ich es noch. So. Immer lasse ich es noch. Moven. Also laufen sozusagen. Mal kurz draufgedrückt. Von einer Sekunde. Das braucht ein ganz kurzes Redstone-Signal kriegen, dass er sozusagen losfährt. Und wenn er nicht losfahren sollte, nicht wundern, dann kann es passieren. Kann sein, dass er vielleicht gar keine Energie hat. Aber das Teil müsst ihr nicht unbedingt so nachbauen. Denn ich habe davon nämlich ein Blueprint erstellt. Ein Blueprint, den ihr auch zum Download zur Verfügung stellt, den Blueprint. Den müsst ihr einfach nur bei euch dann in den Blueprint Ordner von Minecraft. Buildcraft Blueprint Ordner. Den habt ihr im Minecraft Ordner sozusagen reinschmeißen. Und dann habt ihr es genauso dann auf eurem Client. Beziehungsweise wenn ihr auf dem Server ein Blueprint nutzen dürft. Dort könnt ihr, und ihr habt auch die gleichen Mods drauf. Ihr braucht, wie gesagt, die Mods. Wie gesagt, die Mods. Dann könnt ihr das dann dort mit nutzen. So. Jetzt haben wir dann sozusagen nochmal move'n lassen. Jetzt darf er nochmal dick machen. Halt. Nicht Shift drücken. Wenn ihr dann rechtsklick macht. Mit dem Frequenz hier. Von Code Chicken Boons. Könnt ihr dann sozusagen die Frequenz, also den, ähm, Wireless Code Chicken Boons. Warte mal. Wie hieß das Teil? Oh Gott. Das Teil hieß... Uhhh. Wireless. Hm. Ach nee. Remote Control hieß das. Genau. So. Remote. Na genau. Von Remote. Ähm. Von Code Chicken Boons Edition. Von Wireless Code Chicken Boons, ne. Ja. Ja. Kann da sozusagen der Teil manuell gemacht werden. Könnt ihr auch noch ganz andere Sachen einsprechen. Und halt nur zum Testen. Und das Ganze kann man auch mit dem Computer Programm machen. Wie ihr seht, ich hab das schon mal vorbereitet. Und zwar kann ich jetzt hier, wie ihr schon seht, Paste Bin Codes gibt's. Ohne Ente. Machen wir aber mal eins. So. Wenn ihr schnell genug Seiten Stopp gemacht habt, könnt ihr sozusagen lesen die ganze Sache. Mal. Äh. Mal. 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 Zwei Mal. So. Der läuft jetzt einmal. Dann wird da wie 20 Sekunden. Beim. Einfach 20 sind es 20 Sekunden halt. Weil bis das den Bettdruck runter ist. Je nachdem welche Höhe. Die Zeit müsst ihr selber anpassen. Zeige ich aber nachher gleich mal noch. Weil das ganze Sachen bauen wir nochmal nach. Hoffentlich dauert das Toto. Das gehen jetzt 20 Minuten. Aber dann ist aber egal. So. Dann wartet er jetzt. Weil bis alles zurückgefahren ist. Bei Dive 20 sind es lieber mehr. Dann fährt er eins weiter. Gibt ein anderes Wetzelsignal. Geht wieder los. Wie ihr seht hier. Ne. Das sind sozusagen die Wireless Transmitter. Links und rechts ist davon angegeben. Ja. Und das ist sozusagen zwei Mal. Solltet ihr das Ganze machen. Und dann war es das. So. Müsste ausgehen. Und das war es eigentlich schon. Ne. Da läuft noch einmal. Wie ihr seht. Da läuft noch einmal. kurzer Rest-Signal. Wartet kurz. Und das war es. So. Das ganze bauen wir jetzt nach. Und zwar habe ich ja gesagt. Das haben wir mit dem Blueprint. Machen wir das Ganze. Und zwar. Was ihr machen müsst. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Ihr braucht erstmal einen Bilder. Und das sogenannte Blueprint. Ich habe zwei Blueprints erstellt. Wir machen alle beide. Erstmal das eine. Na. Und dann das andere. Ihr braucht. Ich tue das Ganze mal ein bisschen höher setzen. Den Bilder. Ja. Hier rein setzt ihr. Ich nehme jetzt den. Frame-Dicker-Layer. Also sprich. Ich erkläre schon gleich warum. Ja. Hier braucht ihr nichts weiter. Außer nur. Holo-Frames. Covers. Frame-Block-Covers. Und. Frame-Blocks. Blöcke. Ne. Dann braucht ihr. Junk-Loader. Tesser-Rack. Frame-Slider. Frame-Puller. Und die Straw-Bridges. Und ein Block of Redstone. Junk-Loader. Gut. Das Ganze habe ich schon mal hier drin. Bis auf den Junk-Loader. Den Junk-Loader. Das ich mir klein mal noch. Hier vorne klauen. Mittel-Click. Den braucht ihr noch. Weil. Wenn ihr dann nämlich nicht da seid. Der soll dann den Junk laden. Gut. Junk-Loader haben wir. Dann den Transmitter brauchen wir. Kabel brauchen wir. So. Nehmen wir welche mit. Dann brauchen wir die. Transmitter brauchen wir. Die Frame-Blocks brauchen wir. Dann braucht ihr eine Säge. Um diese Cover herzustellen. Zeige ich auch gleich. Dann braucht ihr Kisten. Die Miner. Eine Energiequelle. Wenn es geht sogar noch ein Tesser-Rack. Sehr zu empfehlen. Und die Straw-Bridges. So. Die Frame-Cover stellt ihr her. Indem ihr den Frame-Block nehmt. Den stellt ihr übrigens den Frame-Block aus Invar-Ingots und Nuggets her. Kriegt ihr bei einem einmal herstellen acht Stück raus. Feine Sache. Und dann braucht ihr eine Säge. Diamant-Säge ist zu empfehlen. Braucht ihr Stone-Rots. Könnt ihr selber herstellen. Die sind auch leicht. Zwei Steine nebeneinander. Ab der Stone-Rots. Und Diamanten in der Mitte. Und natürlich noch Stickys. Braucht ihr auch noch. Das Rezept seht ihr dann selber. Und könnt ihr dann sozusagen eine Diamant-Säge machen. Das ist sehr zu empfehlen. Dann tut ihr den Frame-Block hier rein. Könnt ihr das erste Mal halbieren. Das könnt ihr noch einmal halbieren. Und immer wieder halbieren. Bis ihr sozusagen Frame-Cover raus habt. Dann habt ihr zumindest die Cover. Die braucht ihr. Und um solche Hole-Frames zu kriegen. Müsst ihr die einfach nur acht Mal anordnen. Und in der Mitte freilassen. In der Crafting-Table. Und schon habt ihr die Hole-Frames. So. Und übrigens könnt ihr auch genauso wieder zusammensetzen hier. Ja. Könnt ihr auch noch einen ganzen draus machen. Ist auch kein Problem. Zack. So. Wenn ihr das sozusagen die Teile habt. Die hier drinnen sein sollen. Seht ihr gerade so schön. Weil ich so oben schön noch. Wie wir heute eingegeben habe. Dann tut ihr sozusagen die ganzen Sachen da rein. Und hier fehlt auch noch was. Genau. Wie fehlen nämlich noch diese drei Sachen hier. Fehlt mir noch das hier. Dann fehlt mir das hier. Und das hier. So. Die drei Sachen haben wir jetzt auch. Die brauchen wir ja ganz dringend. Und zwar. Redstone. Ja. Blockwester wie es geht. Frame-Puller ist im Endeffekt auch noch. Das ist natürlich ein Frame-Pusher. Und der funktioniert so. Mit dem Thermal Expansion Frame. Ähm. Ja. Maschinen-Frame. Dann Invar-Ingots. Dann Indirium-Ingots. Und ein Diamant. Indirium-Ingots. Also Indirium-Ingot. Ne. Also Nuggets braucht ihr davon. Dann braucht ihr Indirium-Ingot. Und das stellt ihr her. Indirium-Ingot. Indirium-Ingot. In Indirium-Ingot. 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 Und 2022. Und dann Тint Dust. Pulver als Shiny Metal. Und so weiter. Also das musste man dann selber mal -, wie gesagt, die spontans schauen. Ja. Dann braucht ihr einen Pleine-Schleim Kalte. Redstone. Um den Frame-Puller herzustellen. Den Frame-Pusher wie gesagt. Stellte der so her. Dann könnt ihr selber doch die Rezepte nachgucken. Und das ganz ist bei den frame Slider genau so. Nur dass er statt Redstone braucht ihr auch über hugst. und im Signal im Nugget braucht ihr genau Signal im Inget, das macht ihr aus Signal im Blend und das macht ihr aus Kupfer, Silber und einen Eimer mit Redstone Flüssigkeit. So, wenn ihr das alles habt und euch den Bilder gebaut habt, blöde Kuh, dann tut ihr den Buben rein, wie gesagt, dann könnt ihr erst einmal die ganzen Sachen hier reintun, wie ihr seht, den Transfer Node und die Energie Pipes braucht ihr erstmal noch nicht, den Transfer Node generell erstmal nicht, weil das tut es nämlich nicht mit dem Buben kopieren. Was ihr braucht, ist ein Junk Loader, dann braucht ihr acht solche dann brauchen wir acht von den Whole Frames, dann brauchen wir drei Draw Bitscher, halt, 3er, dann brauchen wir den Puller, den Puller, den Frame Puller, den Frame Slider in Redstone Block, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mal. Achso, hm, das habe ich ja nicht mit bedacht. Der will jetzt schon die Vorkonfigurierten haben, ist kein Problem. Wir machen das Ganze mal ganz schnell anders, ich tue das nochmal ganz schnell erstellen, weil ich habe die nämlich alle geschlossen, wenn ihr nämlich eine Wrench in der Hand nehmt, könnt ihr die nämlich alle schließen, die müssen aber alle offen sein, zumindestens, weil die halt nicht gleich sind, übernimmt ihr die nicht gleich und deswegen wird das auch noch nicht so funktionieren. So, es müssten alle offen sein, genau. Das war der 10 mal Indus. Hm, habe ich den noch einstecken? Nö. Ich hole mal noch ganz schnell den, tue ich noch ganz schnell umändern, bevor ich euch etwas falsch erzähle und ich wundere, dass es nicht funktioniert. Das ist eben, wenn man halt Sachen vorkonfiguriert, ne, wie ihr seht, weil die Sachen, die müssen geschlossen sein, das könnt ihr jetzt vorkonfigurieren, abbauen, aber im Kreativmodus ein bisschen schlecht. Ist kein Problem. Ich tue die Blueprints alle Bilder nochmal mit. Das andere genauso. Das ist das 10 mal, genau, das, was ich jetzt drin habe. Das zeige ich euch gleich mal rum. Ich habe nämlich zwei Konfigurationsorten. Ich werde die auch so als Download in dem Namen auch bereitstellen. So. Eben mal den 10-fachen. Zack. Und dann nehmen wir die ganzen Sachen nämlich raus, die hier nämlich hier drinnen sind. Das will ich euch nämlich zeigen, wo die Sachen nämlich reinkommen. Könnt ihr nämlich auch schon mit Inhalt, könnt ihr das Ganze nämlich mit kopieren. So. Und das ist das hier. Gut. Passt. So, ganz schnell zurück. Dann geht die ganze wieder rein. Zehnmal. Das zeige ich euch auch. Also nachher. So. Dann tun wir den Blueprints wieder rein. Zack. Und schon sieht das Ganze nämlich ganz anders aus. Ne. Äh. Man sieht dann nämlich auch genau aus, wie viel er insgesamt braucht und nicht alles hier von dem und dem und dem was. Und zwar brauchen wir sieben von den Frameblocks. Hier die geht, wisst ihr ja, von Funky Lokomotiv. Weil Lokomotiv ist sehr schön gemacht. Muss ich sagen, der Mod. Und den Red Stimpler haben wir drin. Die Frame Puller und Slider haben wir drin. Thrawbridge. Achtmal Holocover. Zwei von den Frame Cover. Und ein Junkloader. Und was er jetzt noch dazu braucht, um das Ganze aufzubauen, ist natürlich Strom. So. Dann fängt er an, das Ganze aufzubauen. So wie es im Endeffekt sein soll. Und jetzt ist es fertig. Sagt er nämlich. Halt. Mir fällt noch ein Tetherrack. Zack. Hinterher. Der ist übrigens auch nicht vorkonfiguriert. Müsst ihr auch aufpassen. Wenn ihr vorkonfigurierte Sachen eure Blueprints ladet. Wenn ihr ein Blueprint ausstellt und die Sachen sind vorkonfiguriert. Zum Beispiel mit Kisten drin und so weiter. Dann müsst ihr das auch so rein tun. Oder zum Beispiel den Tetherrack dann auch so vorkonfigurieren. Also, ne. Dann könnt ihr den abbauen. Ne. Mit einem Wrench. Und dann könnt ihr den hier rein tun. Und dann setzt er den auch hin. Das zeigt euch auch, was vorkonfiguriert sein muss. Habt ihr ja vorhin gesehen. Mit dem Frame-Blocks. So. Das Ganze ist jetzt fertig gebaut. Dann setzt er das Blueprint sozusagen hier in die Mitte. Und das braucht es schon. Gut. Das wurde der eine. Der macht übrigens in die Richtung. Und jetzt bauen wir den anderen noch auf. Das müsste genau in die Richtung hier sein. So. Und zwar jemals den Zehnfachen hier noch. So. Hier braucht ihr dieselben Sachen wieder. Genau. In dieselbe Richtung. Sehr schön. Hier braucht ihr dieselben Sachen wieder. Nur jetzt braucht ihr davon zehn Kisten. Zehn Mining Wells. Zum Beispiel. Jetzt muss das alles mit Zehner machen. Dann zehn Energie Pipes. Die macht ihr übrigens so. Aus Stone Slabs und Redstone. Ist dann mal das von Extra Utilities. Dann braucht ihr wieder acht Holo Covers. Zwei von den Frame Covers. Dann drei Bridges. Einen Junk Loader. Den werde ich mir hier wieder mopsen. Dann ein Tesseract. Den werde ich mir auch hier mopsen. Weil es so schön im kreativen Modus ist. Das muss natürlich alles vorher bauen. Könntest du halt auch im Tesser. Also auch im kreativen Modus bauen. Wenn ihr das euch überlassen. Und ja. So. Das brauchen wir noch. Das brauchen wir noch. Und einen Redstone Block brauchen wir noch. So. Den hier rein. Den Puller hier rein. Und dich hier rein. So. Und wie ihr gesehen habt. Vorhin. Wo ich die Blueprints neu erstellt habe. Waren die ganzen Sachen schon drin. Normalerweise könnt ihr die Dinge vorkonfigurieren. Müsst ihr nicht. Das ist das einzige was glaube ich hier in dem Blueprint so funktioniert. Ich schmeiße das selber rein. Und zwar haben wir alles drin. Mussten eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Zwölf Sachen sein. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Elf. Zwei, vier, sechs, acht, zehn, elf. Das haben wir noch vergessen. Redstone Block. Den Pusher, den Puller. Den Tesseract. Junkloader. Framecommer. Bridges. Frameblocks. Ach genau. Die Frameblocks. Sieben Stück. So. Ihr könnt doch mehr rein tun. Also nimmst dann die Sachen die ihr braucht. Jetzt geben wir dem Ganzen wieder Energie. Und wie ihr seht. Der füllt die Dinger klein mit. Das ist übelst cool. Dürfte nicht mehr drin sein bis aufs Blueprint. Der füllt die Dinger klein. Das ist richtig genial gemacht. Finde ich richtig praktisch. Und jetzt wie gesagt kommt die ganze Sache. Ähm. Deswegen bin ich froh, dass ich die ganzen Cover noch einstecken habe. Weil jetzt müsst ihr ehens machen. Das ist das einzige was ihr abbauen müsst, aufbauen müsst wieder. Ähm. Hier müsst ihr nichts weiter machen. Hier tut ihr einfach nur das Kabel. Einfach hier reinklicken. Du das mit dem Frame Puller verbinden. Und hier ist das Cover deswegen dran. Ähm. Damit er sich nicht mit dem Tesseract verbindet. Denn das wird ja einzeln gesteuert. Die ganze Sache. Aber hier zum Beispiel über das Transfer Node. Aber hier kann man jetzt das Transfer Node nicht reinsetzen. Sprich ihr müsst die Cover die hier drin sind. Müsst ihr wieder abbauen. Zack. Das sind Doppelcover übrigens. Seht ihr ja. Dann das Transfer Node reinsetzen. Und dann die Holoframe Cover wieder hier dran machen. Hier mit Shift gedrückt halten. Hier dran machen. Und hier hinten genau so. Zack. Das ist wieder ein doppeltes ist. Und hier unten zum Beispiel könnt ihr ein normales Frame Cover dran machen. Je nachdem was ihr gerade abgebaut habt. Müsst ihr nicht unbedingt können. Ups. Jetzt hab ich schon ein Frame Block abgebaut. Das war natürlich nicht das Ding. Hab ich die falsche Maustaste gedrückt. So. Dann verbindet sich das nach unten nicht. Dann könnt ihr ja. Verbaut. Also jedes Frame Cover ist immer so eine Sache. Ja. Slicet ja sozusagen. So. Jetzt haben wir die ganze Sache schon verbaut. Es fehlt nur noch ein Redstone Signal. Weil hier drin sind ja schon die ganzen Sachen. Hier ist ja schon alles drin. Nur hier drüben noch nicht. Und jetzt brauche ich hier drüben auch nochmal schnell rein. Also wie gesagt den untersten entfernen. Den an der Seite. Und den entfernen. Dann könnt ihr immer noch nicht hinsetzen. Weil der hinten noch entfernt werden muss. Weil der Block muss frei sein. Dann könnt ihr alles hinsetzen. Und dann könnt ihr es wieder verkleiden. Wie gesagt hier im Tetherrack in Holoframe. Also in Lochframe. Hier ins. Und hier unten könnt ihr dann wie gesagt das ist ein bisschen tricky. Hier könnt ihr so jetzt hinsetzen. Und hier hinten ohne vergessen in Holoframe. Und dann hier die Energieleitungen. Die könnt ihr einfach hinsetzen. Ohne dass irgendwas passiert. Das ist völlig euch überlassen. So. So bekommt die ganze Sache im Endeffekt Strom. Ihr könnt auch eine Energiezelle hier dranhängen. Das ist euch überlassen wie ihr das macht. Ja. Auf alle Fälle muss Strom ankommen. Also es muss auf alle Fälle Strom hier ankommen. Und es ist in der Luft immer so eine Sache. Ihr könnt das ganze Ding auch ein bisschen vergrößern. Also mehr dran machen. Das ist euch überlassen was ihr dann draus macht. So. Das ist zumindest die kleinste Variante. Und ich danke dem Tetherrack dafür. So. Jetzt haben wir das Ganze hier erbaut. Gut. Die zwei Groupings habe ich. Die sind ganz wichtig. Und ja. Jetzt brauche ich nur noch Strom. Also. Ich nehme mir so eine Energiezelle und mir so ein Tetherrack. Das Ganze geht schon fast eine halbe Stunde. Gehe mal hier zur Seite. So. Der fährt übrigens auch in die Richtung. So. Das Computerprogramm zeige ich Ihnen auch gleich noch. Deswegen habe ich auch die Pastebin-Codes hier. Und zwar. Ich habe die Club aufgehend Osten. Also in die Richtung gehend. Süden habe ich die kopiert. Ne. Ja. Ich glaube. Ist jetzt egal. Ihr könnt die Dinger dann auch später per Hand aufbauen wieder. Ist ja auch kein Problem. Wenn ihr immer so eine Vorlage habt. So. Dann brauchen wir Strom. In der ganzen Situation. So. Da gehen wir mal hier. Ich habe übrigens schon Strom drauf. Ähm. Machen wir mal jetzt Strom. Und machen hier. Nur Cent draus. Zack. 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 So. Ist eingestellt. Ihr seht. Läuft sich ja ganz anders. Hier können wir Strom draus machen. Du sollst nur Empfangen. Receive. Ja. Ihr könnt aber vielleicht auch noch Items durchjagen. Wenn ihr wollt. So. Schon ist Strom drauf. Und es ist ganz wichtig. Dass da Strom sozusagen drauf kommt. So. Nur. Empfangen. Gut. Das reicht. So. Das wäre das eine. Jetzt lassen wir erstmal den hier fahren. Weil der hier hinten. Ja. Der. Oder wir könnten eigentlich mal hier irgendwas rausnehmen. Machen wir hier nur eins rein. Hier nur einen meiner. Na gut. Machen wir zwei. Zwei Kisten. So. Und hier das ganze genauso. Hier machen wir auch nur. Zwei von jeden rein. Also hier zwei Kisten. Hier müssen und die Zwei Kisten rein. In den hier. In den davor müssen die Mahner rein. Und in den da oben drüber müssen die Strompipes rein. Weil die müssen sich ja dann verbinden. Das saugt die dann eh alle wieder ein. Und das wichtigste fehlt da noch. Ich habe total vergessen. Die Frequenztreiber. Also einmal den Empfänger hier an die Seite. Machen wir eine leere Hand brauchen wir. Normal rechtsklick drauf machen. In dem Mittel. Ach ne. Shift gedrückt halten. Rechtsklick drauf machen. Dann könnte ich diese Sachen drehen. Dann normal rechtsklick drauf. Dann nehme ich jetzt die Frequenz 5. Für. Äh. Dick. Die möchte ich später auch noch machen. Dick 1. Und hier oben kommt auch noch einer drauf. Zack. Shift rechtsklick. Und hier nehmen wir die 6. Machen wir Move 1 draus. Fertig. Set Name. Gut. So. Und schon habt ihr das ausgewählt. Dann nehmt ihr euren Receiver. Shift rechtsklick. Ähm. Ja. Macht mit Dick Funktion. Haltet gedrückt. Wie ihr seht. Es funktioniert. Können wir loslassen. Warum ziehst du die nicht ein? Das ist jetzt eine coole Frage. Interessant. Warum ziehst du die nicht ein? Ach. Weil die Dreckblöcke drin hat. Mhm. Okay. Nochmal. Okay. Die muss ich noch mal hier reinsetzen. Hm. Das ist eh so ein Nachteil. Der hat nämlich die die Grasblöcke hier reingesetzt. Waren nämlich mit den Items nicht bis wohin. Ja. Die können übrigens auch verkleiden. Ja. Sieht nicht grad schön aus. Aber okay. Können halt nur Blöcke hier reinsetzen. Passt schon. So. Probieren wir es gleich noch einmal. Zack, zack. Runter, runter. Und jetzt zieht das auch wieder ein. Also ihr müsst aufpassen, wenn ihr es nicht wieder einzieht. Erst einmal Testlauf machen. Dann kann es passieren, dass der am Endeffekt dann die Items hier reinzieht. Das ist, weil er die mir nicht gleich sozusagen, ja, in die Dings gezogen hat, ne. In die Kisten. Gut. Das Ganze probieren wir noch einmal aus. Und zwar ob der am Endeffekt auch fährt. So. Move 1. So. Alter. Ne. Das war nicht geplant. So. Da bin ich wieder. Das wurde leider gerade die falsche Taste gedrückt. Ich habe leider ausgemacht, statt Escape zu drücken. Komischerweise. Egal. Ähm. Ich hatte die komische Information und die brauch ich gerade nicht. Ist egal. Es ist ein Update vorhanden. Und gut. Und zwar hat die Frequenz 6 eingestellt. Ich könnte nochmal zeigen. Frequenz 6. Ist dann übrigens nach dem Neustart, ist das halt wieder weg. Komischerweise. Aber es geht trotzdem. So. Moving. Und dann die 5. Boah, das ist sozusagen auf. So. Und wie gesagt. Hier das Problem eben. Dass der. Ich frage mich immer noch, warum man das macht. Aber egal. Das soll ja eigentlich die Sachen. Das soll ja eigentlich die Sachen in die Kiste schmeißen. Weil. Bei dem hier funktioniert es ja genauso wie ihr gesehen habt. Und das ist Frequenz 4 und 3. 4 ist Moving. Und 3 ist Dick. Ja. Das zeige ich noch einmal. Und hier fährt auch hier auch alles wieder ein. So. Das probieren wir hinten noch einmal. Also weil es so schön ist. Bauen wir die hier ab. So. Die Stromleitung zu kurz ist. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ist mehr drin. So. 5. Ist immer. Öfftbar. So. So. Und die 6 ist Moving. So. 5 ist Dick. Hm. Die bleiben wieder drin. Ich werde auch. Achja. Diese Grasdinger. Ach. Äh. Ich kann eventuell die Kiste schon voll. Könnte auch möglich sein. So. Trash. Kurz anmachen. Zack. Ja. Alles gemacht. Hm. Probieren wir es noch einmal. Das dauert länger als eine halbe Stunde das Tutorial. Das macht auch nichts. Und zwar nochmal das Ganze. 1, 2. So. Die 6. Smooth. Die 5. Dick. der zieht die nicht dort rein. Warum nicht. Hm. Da zieht immer den Gras den Dortblock hier rein. Warum jetzt auch nie. Ich weiß nicht warum da immer den Gras den Grasblock da rein zieht. Ich habe echt keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Dummdi 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 dumm dumm. So. Das wäre. Nochmal. Das zieht jedes Mal. Das zieht jedes Mal. Zwar im Grasblock dorthin. Und den anderen Grasblock zieht er jedes Mal hier rein. Warum weiß ich auch nie. Aber nicht desto trotz lassen wir uns nicht davon abbringen. Denn hier machen wir das Ganze auch nochmal. Hier tun wir dann nehme ich mal den Receiver. So. 7. Deins. 7. Und das ist move. Move 3. Und hier unten genauso. Das ist dick. Dick. Frequenz. 8. So. Frequenz 8. Dick. 3. So. Zack. So. Dick. wüsste im Endeffekt. Ne. Der schubst die nicht hier in die Kisten rein. Warum eigentlich. Der schubst dann Dreck nicht in die Kisten. Hier oben kriegt der Strom. Hier vorne so funktioniert komischerweise. Weil der Dreckklumpen hier drin ist. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Ne. Könnte übrigens auch einen Rechtsklick drauf machen. Doppelklick. Auf die Frequenz. schon die Dose auswählen. Das kann nicht funktionieren. Sind das vielleicht zu wenig. Hm. Der setzt die. Komisch ne. Ich finde es echt komisch. Auf alle Fälle funktioniert. Weil hier vorne ging es in dieselben Bauarten. Das hat nichts anderes zu tun. Ich gebe es euch trotzdem. Wie gesagt. Vielleicht finde ich einen Fehler. Findet ihr das dann bei mir auf dem Serverplay. So. Das Ganze gibt es natürlich noch mit Computer. Nötig könnt ihr auch das Ganze mit Computer machen. Und zwar braucht ihr nichts weiter. Außer einem Computer. Dann braucht ihr die Transmitter. Jeweils. Links und rechts davon. Dann müsst ihr hier die Frequenzen einstellen. Einmal für Dick. Ne. Das war Move. Und das war Dick. So. Dann braucht ihr die Pastebin-Codes. Und zwar. Oh Mann. Hoffentlich kann man das lesen. Äh. Minormove. Und Querymove. Denn Minormove machen wir erstmal. Pass the bin get. Äh. L. S. A. J. X. U. Ist das denn? N. P. Das ist der Miner. So. Move. Nehne ich das mal. So. Z. Äh. Nicht sicher. Sondern Dicker. So. Und ähm. Minormove. Ne. Edit Miner. So. Edit Miner. Hoop. Sprich. Das spricht die ganzen Frequenzen an. Also. Querymove. Das wird rechts angesprochen. Sprich. Rechts ist die Frequenz. Äh. 7. Müssen wir es genau umgedreht machen. Und zwar. Hier müssen wir die 7 einstellen. Weil das soll ja laufen. Und hier machen wir Dick. So. Genau. Neh. Und Querymine. Deswegen haben wir es auch so genannt. Es ist auch. Es könnt ihr auch umbenennen. Das ist euch überlassen. Die hier oben. Ist völlig Wurstnot. Da darfst ihr unten in den letzten Teilen das nicht vergessen umzuschreiben. Neh. Da müsst ihr das Querymine. Da müsst ihr dann euren Namen dann hinsetzen. Das ist euch überlassen. Ähm. Ja. Also rechts soll er sozusagen laufen. Und links Threads und Signale ausgeben. Da soll er sozusagen minen. Und das Ganze können wir jetzt hier nochmal probieren. Warum mal. Hier jedes Mal. Hm. Hier wird mal neun Durst drin worden. Das weiß ich auch nicht. Egal. Ich setze die hier nochmal herein. Und jetzt setzen wir hier die Frequenz 6 und 7. Hier oben. Du mal ganz einfach hier einstellen. Also die 6 ist hier oben ne. Die 6 ist hier oben. Das ist Move. Und dann müsste das dann die 5 sein. So. Und zwar. Gehen wir mal hier raus. Exit. Miner Move. Wird einmal ausgeführt. Dann wartet er eben die 20 Sekunden. Ihr seht es sind halt. Das Sleep. Hat mit dem Effekt zu dann zu tun. Dass er wieder kurz schlafen tut. Weil je nachdem wie lang eure Brücke ist. Denn zufolge muss ihr auch die Zeit warten. Ihr wollt ja alles abbauen und nicht ab einem gewissen Zeitpunkt dann aufhören. Weil dann fängt er an. Ah jetzt haben wir es. Fängt er an sozusagen alles rein zu ziehen. Dann wartet er wieder ne Weile. Und dann fängt er eben an vorzufahren. Zack. Und das wars. So. Um aber nicht das ganze immer manuell einstellen zu wollen. Gibt es sozusagen den anderen Pastebin Code. Deswegen wie gesagt gibt es noch den Query Mover. Halt in Klammern 12 mal. Sprich der könnt ihr einstellen. Erstmal. Pastebin get. Da habe ich zum Glück noch die Seite offen. Von meiner Pastebin. 8 a i d h k y y groß geschrieben. Und das machen wir meiner x. Können wir das nennen. Den Namen könnt ihr euch völlig aussuchen wie ihr wollt. Ist euch überlassen. Und der Miner x ist nur. Ähm. Ja. Dass ihr angeben könnt wie viel. Ihr sozusagen das Ding laufen soll. Mehr ist das auch nicht. Hier müsst ihr übrigens auch dann. Ähm. Den Namen eingeben. Ne. Also edit. Miner move. Je nachdem ihr es vom Namen eingegeben habt. Und dann müsst ihr hier den Query move. Müsst ihr sozusagen ändern. Und ich habe das Miner move genannt. Und jetzt müsst ihr es nämlich auch noch umändern hier drinnen. Miner move. So. Weil das muss halt das Programm starten. Shell.run ist immer Programm starten. Exit. Und Miner x Leerzeichen. Nehmen wir mal. Zweimal. Und sprich jetzt über das ganze Programm. Zweimal abrufen. Ich werde das gleich sehen. Das ist einmal. Da baut er sozusagen. Fängt er an abzubauen. Dann müsst ihr kurz warten. Ich tu das mal ganz kurz wegnehmen. Das brauchen wir ja nicht. Ist ja nur zweimal. Der fährt nicht weiter. Weil er wieder Erde drin hat. Der sack der Elende. Hm. Das ist weiter gefahren. Und jetzt hat er eben die Erdblöcke hingesetzt. Das ist auch falsch. Ach Mensch. So. Eigentlich sollte er ja hier. Genau. 1,2. Hier oben kommen wir 1,2 rein. So. Ah. Hier sind die Kisten drinne. Hier sind die Mana drinne. Ist ja auch noch ein Dreckpunkt drinne. Das ganze machen wir jetzt noch einmal. So. Pastebind-Codes habt ihr ja. Sonst würdet man zurückspulen. Dann könnt ihr das ganze hier ähm. Wieso tut denn denn die Dreckböcke hier rein? Das macht mich irre. So. Da tut er 2 Dreckblöcke rein. Es wird echt zum Schwein. Und deswegen baut er die ganze Sache auch nicht ab. Und deswegen geht das ganze dann hier in die Hose. Na. So. Jetzt baut er wieder ab. Und jetzt setzt er wieder Dreckblöcke hier in die Mitte rein. Warum weiß ich nicht. Also es funktioniert. Habt ihr gerade gesehen. Hm. Jetzt macht er es. Komischerweise. Hm. Keine Ahnung. Vielleicht ist es bestimmt weil es Kreativwelt ist. Ich weiß es nicht. Zumindest funktioniert es. Zumindest funktioniert es. Also jetzt geht er. Wie ihr seht. Hat es wieder eingezogen. Hm. Ja. Wie ist. Bestimmt eine Störung im System. Oder ein kleiner Bug. Möglich. So. Das ganze ist übrigens auf dem Diver 20 Pack. Äh. 1.1.1. Zum jetzigen Zeitpunkt. Und Minecraft Version 1.7.10. Ne. Das dürft ihr nicht vergessen. Also wenn es später nicht funktionieren sollte. Gebt mich mit der Schuld. Das tut erstmals nur auf dieser Version funktionieren. Ähm. Ihr müsst es dann ganz einfach auf dem anderen probieren. Und wie gesagt. Ihr müsst die. Ja. Das Blueprint verwendet. Müsst ihr die. Ähm. Die Transfer Node. Energie Transfer. Hyper Energy. Ähm. Selber einsetzen. Die Energie Pipes selber einsetzen. Und eventuell je nachdem was ihr vom Blueprint wählt. Ähm. Dann die. Miner. Und die Pipes einsetzen. Also wie gesagt. Hier oben. Die Energie Pipes. Unten drunter. Die Mining Worlds. Und dann daneben. Die Ender Chests. Ne. Oder halt. Je nachdem was ihr halt verwenden wollt. Gut. Ihr könnt das ganze wie gesagt. Selbst erweitern. Das ist euch überlassen. Und das Computer Programm könnt ihr auch selbst. Also müsst ihr wie gesagt. Dann auch nochmal. Bei. Edit Miner X. Zum Beispiel. Je nachdem wie ihr es nennt. Müsst ihr dann auch hier unten. Bei Shell.run. den Namen eures Miner Programms. Reinschreiben. Ja. Das war es dann eigentlich. Dementsprechend schon gewesen. Und das Teil könnt ihr dann bei euch in der Basis herstellen. Und das. Ja. Je nachdem. Müsst ihr aber eins bedenken. Wenn ihr so baut. Braucht ihr dann wirklich eine gerade Fläche. Da darf halt nirgends wo ein Baum dann irgendwann kommen. Oder eine Burg. Oder irgendwas anderes. Oder ein Berg. Denn dann bleibt er nämlich stehen. Und dann müsst ihr nämlich auch übrigens dann auch die Teile dann auch. Ähm. Sozusagen verdunkeln. Das hat damit was zu tun. Sobald er nämlich dann. An einem Punkt kommt. Wo irgendwie ein Stein ist. Kann es passieren. Dass er dann dort hängen bleibt. Und den Urte dann mitzieht. Weil da wo offen ist. Das nimmt er mit. Und da wo geschlossen ist. Das nimmt er eben nicht mit. Da. Und deswegen war vor uns am Anfang das Problem gewesen. Das eben. Äh. Äh. Das eben dann so haben würde. Ne. Und dann verschiedene Öffnungen. Sozusagen geschlossen ist. So. Gut. Das war es für mich gewesen. Das war es für mein kleines Tartuil gewesen. Das ist etwas länger geworden als gedacht. Wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr gerne einen Daumen hinterlassen. Ähm. Ihr könnt mir gerne Verbesserungsvorschläge hinterlassen. Und wenn ihr wisst. Wie ihr das ganze. Ne. Könnt euch gerne nicht mehr helfen. Wie ihr das ganze auf so ein Wireless Pocket Computer. Äh. Computer. Ähm. Ähm. Sozusagen. Ähm. Unterbringt. Dass ihr sozusagen hier den Code einschreit. Und dann. An die Frequenzen sozusagen sendet. Ne. Dann. Könnt ihr es mir. Auch gerne mal sagen. Das wäre nämlich gut. Cool zu wissen. Und. Ähm. Ähm. Ja. Das wäre super. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich freuen. Und ich würde sagen. Ciao, ciao. Euer Bloody Blood Dragon. Ähm. 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 Ähm.